Eigentlich war diese Zone hier als Sprungbrett gedacht, um zu sagen, hey, hier kann der Kurs drehen, ab da sollte es dynamisch nach oben gehen und wenn, dann korrektiv nach unten. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn gekriegt? Also die Zone war schon super, aber jetzt gucken wir, was wir bekommen haben. Ich mache das mal ein bisschen größer und dann sehen wir, naja, der Anfang, das war das, was wir gestern hier noch eingezeichnet hatten. Also den halbwegs guten Anstieg hier, A, B, C, runter und dann die Geschichte, irgendwas Korrektives wäre hier halt schick gewesen, um dann nochmal nach oben sich fortzusetzen. Ja, da hat der Kurs gesagt, ja, nette Idee, aber mache ich nicht mit. Der Kurs ist natürlich willenlos, der Kurs hat das natürlich nicht gesagt, aber die Marktteilnehmer, die haben gesagt, nee, das fressen wir nicht, das ist nicht unsere Geschichte, die wir hier sehen. Wir machen das nicht, wir sehen Sorge und gehen lieber raus und dementsprechend ist der Markt dann doch relativ deutlich auf dem Weg nach unten. Das heißt, die Chancen hierfür nach oben, die gab es durchaus, aber der Markt hat gesagt, wir ergreifen sie nicht. Deshalb ist es so wichtig, auch das Stichwort Trigger im Hinterkopf zu behalten, nicht einfach zu sagen, will ich eine super Idee, mache ich einfach mal, sondern zu sagen, will ich eine gute Idee. Aber jetzt will ich, dass die Marktteilnehmer mir auch zeigen, dass sie das genauso sehen und willens, sondern in der Lage sind, das Ganze auch umzusetzen. Das waren sie hier nicht, also sie haben hier auch nicht rumgefaked, sie haben hier nichts anderes angekündigt. Es gab keine Situation hier wirklich, um zu sagen, wir wollen hier massiv auf die Long-Seite rüber wechseln. So sah es zumindest mal nicht aus, also man musste hier über das nicht erleiden. Ja, also insofern war das alles gar kein großes Problem. Und wer jetzt doch hier an der Stelle long gegangen ist und keine automatische Gewinnmitnahme hier irgendwo hatte, der hatte ja eine grobe Idee, wie grob dieser Rücksetzer als vierte Welle eben sein sollte. Und ich kann es noch mal anzeichnen, das haben wir ja mehrfach jetzt bei den Indizes gemacht. Da messt ihr einfach, wie weit war die vorherige Rücksetzerbewegung. Und dann wusstet ihr, alles bis in diesen Bereich plus, minus ist in Ordnung. Aber wenn es da drunter hinaus geht, da muss man sich die Frage stellen, ja, das hat aber dann doch nichts mehr mit der vierten Welle zu tun und der Erwartungshaltung, dass es anschließend noch mal nach oben geht. Jetzt zeichnen wir das auch noch mal ein hier. So haben wir es. Also diese Erwartungshaltung, dass das hier passiert, spätestens an der Stelle ist das rum. Und wer hier tatsächlich eingestiegen ist und keine Idee hatte für einen Nachziehstopp, der wusste zumindest mal, naja, diese Größenordnung, das müssen wir halt einkalkulieren, dass das passiert. Und das war an der Stelle nicht. Also für einen Gewinn hat es allemal gereicht, wenn man das gesehen hat und wenn man das eben umgesetzt hat. Aber wer jetzt gesagt hat, ich warte auf einen neuen Einstieg hier, quasi im Rahmen der fünften Welle, was wir angesprochen haben, ja, der ist enttäuscht worden, aber nicht wegen eines blöden Ergebnisses, sondern weil, naja, gab halt keine richtige Chance. So und damit sind wir hier noch mal einmal tiefer gekommen als das. Und der Markt hat also offensichtlich gesagt, ja, das ist ein echtes Angebot hier zu drehen. Ist gar nicht so abwegig, dass der Kurs hier dreht, nutzen wir aber nicht. Und das ist kein so tolles Zeichen. Zumindest mal vorläufig ist es noch kein tolles Zeichen. Ihr wisst, wir haben hier beim Dow Jones ja noch die zweite Zone, die ist irgendwo im Bereich 35.000. Von mir aus auch noch 34.800. Aber da sollte es dann aller spätestens dann anfangen zu drehen. Noch könnte man sich ja darauf berufen, naja, Rüdiger, stell dich nicht an, die Abwärtsbewegung, egal wie, aber sie sieht nun mal sehr korrektiv aus. Also nach einer starken Haupttrendrichtung. Die Richtung ist nach unten, aber eben nicht als starke Haupttrendrichtung, sondern immer noch korrektiv. Das heißt, noch bin ich gar nicht so abgeturnt von dem Gedanken, dass der Kurs, jetzt machen wir es noch mal richtig, dass der Kurs hier irgendwie noch mal sich weiter fortsetzt nach oben. Theoretisch eigentlich ganz gerne im Bereich von solchen Unterstützung, also vielleicht 3.500, 34.900, irgendwie sowas in der Richtung. Kann auch noch ein bisschen höher sein, irgendwie sowas. Der Trigger wäre entweder hier oben, der ist natürlich ganz schön weit weg, wobei auf 4-Stunden-Basis geht es ja noch halbwegs. Das wäre dann so der Aufruf von, ja, komm, lass uns noch mal weiter marschieren. Also irgendwie weiter hoch, auf jeden Fall mal hier drüber hinaus, mit eigentlich ganz guten Chancen. Das übergeordnete Bild, was wir ja seit Jahr und Tag hier schon beschrieben haben, dass das da weiter fortgesetzt wird. Also wenn er das wirklich hier angreift, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Die Gefahr besteht nur, wenn er da unten durchgeht, dass dann natürlich diese Bilder alle erstmal vorläufig kaputt sind und alle sich neu einsortieren müssen. Das heißt ja nicht gleich Dow Jones runter auf 10.000, aber dann ist eben dieses vorrangige bullische Bild erstmal angegriffen, wegen dieser Kursüberschneidung. Und da müssen sich alle, die sich ein bisschen charttechnisch orientieren, erstmal neu ausrichten, das heißt alle erstmal Bälle flach halten, mal gucken, wohin geht das Ganze. Müssen wir mit mehr rechnen? Ja, wir müssen mit mehr rechnen, kommt ganz sicher mehr. Nicht zwingend, aber wir müssen damit rechnen und können dann nachher nicht sagen, ja, aber hat ja keiner wissen können. Doch das, spätestens dann an diesem Bereich weiß man, dass solche Szenarien mit auch Umwegen oder nicht, nicht unmöglich sind. Also das sollte man dann einplanen und dementsprechend halten wir diesen Bereich hier für ein, also die Unterseite natürlich dann, für ein sinnvolles Stopp-Niveau für die übergeordnete Long-Seite. Also das so als Hintergedanke eben dazu. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt noch eine gewisse Chance. Jetzt haben wir ja ein neues Tief. Ich gehe nochmal auf den kleineren Chart hier. Also dieses letzte Tief, das ist das letzte Tief, was ihr hier da unten seht. Jetzt gibt es natürlich ein neues Tief hier. Also das kann auch noch tiefer gehen, aber wo auch immer der tiefste Punkt ist. Irgendwann wird es ein bisschen mal nach oben gehen und wackelig runter und wann immer das passiert. Das kann in der nächsten Minute passieren, kann auch sein, dass du sagst, ja, komm Rudi, lass uns doch noch mal ein bisschen runtergehen, hast du doch noch gesagt. Aber früher oder später ist damit zu rechnen, dass das irgendwie passiert und das bietet dann eben unabhängig von diesem relativ weit entfernten Punkt viel attraktivere Long-Einstiege. Ja, das kann auch dann so aussehen, dass wir einen Schub hochkriegen, A, B, C. Denkt immer dran, dieses Ding hier ungefähr in die Mitte wieder zurück, so Plus, Minus. Ihr kennt meine blaue Kiste und dann eben die Erwartungshaltung, dass das passiert. Und wenn das immerhin ist, dann haben wir bis dahin erstmal auf jeden Fall grünes Licht, also diese 1 zu 1 Projektion quasi, mit Chancen, dass es ja weitergeht und wenn nicht, dass wir dann wenigstens ungefähr am Einstieg wieder rauskommen. Also wir haben dann eine Menge Chance, aber vergleichsweise übersichtliches Risiko. Das Risiko ist leider nicht null, das wäre jetzt schön, wenn man sagen könnte, kann gar nicht schief gehen, aber statistisch gesehen, erwartungsgemäß, größenordnungsgemäß sind die Karten dann zu unseren Gunsten in diesem Moment gemischt, wenn dieses Bild so ist. Ist das immer so? Naja, wenn es so aussieht, sind die Chancen dafür sehr groß, aber ich kann euch natürlich nicht sagen, weil wir Pech haben, macht er halt das. Aber dann werde ich auch ziemlich sicher nicht auf der Long-Seite unterwegs sein, denn dann haben wir wieder Gegenbewegungen, die alle überschneidend sind. Das sieht dann so korrektiv aus, dass ich eher nochmal Sorgen hätte, dass es sogar nach unten geht. Also das wäre dann sogar nochmal ein Fortsetzungstrigger für die Abwärtsseite. Also damit hat der Dow Jones bewiesen, dass, also die Marktteilnehmer im Dow Jones, das klingt viel besser, die haben bewiesen, dass sie nicht scharf drauf sind, an jeder möglichen Gelegenheit für eine Aufwärtswende, das auch zu nutzen und zu sagen, ha, dann gehen wir auch erst long. Das haben sie nicht getan. Sie haben sich schnell ins Boxhorn jagen lassen und das zeigt, dass der Markt aktuell fragil ist. Wie gesagt, noch nicht kaputt, aber wenn er da durch diese genannten Marken von vorhin, wenn er da durchgeht, dann weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das so besonders toll finde. Wie sieht es aus beim S&P? Naja, auch da hatten wir jetzt ein Sonderangebot für, also wenn ihr wirklich drehen wollt, wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich sind wir total bullish, dann hätte es hier alle Möglichkeiten gegeben, zu sagen, wisst ihr was, an der Stelle steige ich wieder ein. Und ihr seht, hier im 4-Stunden-Chart ein bisschen genauer, das ist so ungefähr die Höhe, die wir Mitte Juni hoch hatten, die wir Ende Juni oder beziehungsweise Anfang Juli hoch hatten. Das hätte der Kurs locker nutzen können für einen Dreh. Aber die Marktteilnehmer haben gesagt, ja, wir versuchen es mal, haben sich ins Boxhorn jagen lassen und sind anschließend nach unten gedreht. Man konnte das hier schon so halbwegs erahnen. Denkt mal dran, was wir hier, wir hatten das gestern, das ist eine Zeichnung noch von gestern. Der Teil, den fand ich in Ordnung. Den Teil fand ich in Ordnung. Und meine Erwartungshaltung ist, dass wir das hier hinten noch mal bekommen. Das haben wir auch bekommen. Aber wenn ich wirklich bullisch sein soll, dann muss dieses Ding hier idealerweise entweder wie ein Strich aussehen oder wenn schon nicht im Strich, dann sollten die Gegenbewegungen möglichst nicht irgendwie überschneidend sein. Jetzt malen wir es mal mit unseren Fingern hier alle am Bildschirm nach. Und wenn ich das hier mal so halbwegs, das habe ich jetzt sehr hässlich gezeichnet, aber ihr seht, so ungefähr ist es das, was der Markt da gemacht hat, dann sehe ich, ja, wir haben hier Gegenbewegungen, aber die überschneiden immer wieder. Und damit ist das eher korrektiv oder eben Profis würden vielleicht sagen, naja, das könnte auch ein Zigzag sein und die hintere ist einfach ein Ending Diagonal. Aber wie der Name schon sagt, wenn ich dann sowas sehe, dann ist es wohl das Ende dieser Bewegung. Welcher Bewegung? Die ging aufwärts. Also das Ende der Aufwärtsbewegung droht dann, ja, und wenn wir 3-wellig haben und dann das Ende dieser Aufwärtsbewegung ist, ja, 3-wellig ist häufig die falsche Richtung, ja, dann müsste es einfach nochmal unter diesen Punkt gehen und das hat der Kurs auch stabil gemacht. Also das ist dann eine ganz typische Bewegung. Also achtet immer drauf, bei so einer oder von mir aus mit Rücksetzer, aber ohne Überschneidung, Bewegung hätte ich, also machen wir das mal so zurück, wenn das hier jetzt so ist, überhaupt nicht erkennen können, dass die Marktteilnehmer das wollen. Beim Dow sah das so ein bisschen so aus. Schreng genommen sah es beim Dow sogar so aus. Da hätte ich das nicht erkannt. Da habe ich gesagt, naja, wenn er jetzt wackelig runterkommt, gehe ich nochmal long. Ja, das wäre ein sehr, sehr vernünftiger Gedankengang. Hier hatten wir aber gestern ja schon drüber gesprochen, dass mir das nicht gut gefällt, weil das ist eben klassisch Korrektiv und nicht das beste Zeichen. Und offensichtlich, also deshalb hier jetzt auch gar keine long Idee. Also hier hätte ich es ja noch nicht gewusst. Ja, also bis dahin, das ist ja mein klassischer Einstieg hier, das ist ja relativ zügig hoch. Dann haben wir hier die ABC runter und meine Erwartungshaltung ist, dass wir das, wir können es mal ganz exakt einzeichnen, dass wir das, was wir da, naja, das wollte ich gar nicht haben, in dem Fall zumindest nicht, dass wir die Bewegung von hier bis da, von diesem Tief ausgehend nochmal erreichen, Einstieg da und alles, was jenseits ist, keine Ahnung. Und bis dahin bin ich super zufrieden, bis dahin bin ich super zufrieden. Ist doch geil dynamisch. Jetzt sage ich mir, okay, das kann ja so eine kleine interne Korrektur sein und hier sehe ich schon, ja, das ist schon doof. Ja, und dann kann man noch froh sein, dass man so, na gut, kann ich bei 100% rausgehen. Zur Not sind wir da auch bereit, sogar bei 70% rauszugehen, weil wir sagen, das ist einfach nicht mehr das und dann schließen wir halt die Position, haben wir halt einen kleinen Gewinn oder wie auch immer. Also das hat nicht mehr das, den Drive, den wir haben wollen. Das kann man dann an so einer Situation schon erkennen, so folgerichtig ging es runter. So, was lehrt uns das? Das ist jetzt alles Retro-Perspektiv. Das ist klar, Rüdiger, dass du das weißt. Naja, aber das hilft uns schon zu erkennen, die Marktteilnehmer haben einfach keinen Bock. Die haben der Sache nicht vertraut. Und das an einer Stelle, die prädestiniert wäre für einen Dreh. Wir müssen also jetzt damit rechnen, dass hier noch ein bisschen mehr nach unten kommt. Die Gefahr besteht. Und zwar so lange die Marktteilnehmer nicht irgendwie sowas machen, damit man mindestens dann noch mal so etwas handeln kann. Solange das nicht passiert, ist das long im Moment nicht interessant. Es ist aber noch kein Drama-Modus. Allerdings müssen wir ernsthaft überlegen, ob wir nicht vielleicht doch jetzt mit einem Rücksetzer dieser Größenordnung hier irgendwie rechnen müssen. Der uns dann locker noch mal Richtung 4.300. Kann ein bisschen weniger sein. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Aber bitte, bitte, nicht mehr unter Dezember 22 oder Februar 22, also 23 jetzt. Da drunter möchte ich es nicht mehr sehen. Dann ist der Aufwärtsmarkt endgültig beschädigt. Dann werden die Karten neu gemischt. Dann müssen wir gucken, was als nächstes passiert. Das kann dann schnell noch mal dunkel werden. Mit Blickrichtung sogar vielleicht hier unten oder wer weiß, wie tief dann noch. Das muss aber jetzt noch nicht sein. Also wir müssen nur jetzt damit rechnen. Also ich würde jetzt nicht hier jetzt aktiv Short gehen an der Stelle. Wann würdest du denn Short gehen? Naja, eigentlich dann, wenn ich zumindest mal wackelige Gegenbewegungen habe, dann sind das ja eh immer Short-Ideen. Ja, das ist so das klassische Bild. Oder jetzt, nachdem wir hier schon so im 4-Stunden-Chart, ich mache das mal eine Nummer größer, so eine erste runter, eine Gegenbewegung, das, dann hatten wir hier irgendwie eine Pause und dann noch mal das. Wenn wir jetzt mal wackelig irgendwie hier hochkommen, noch mal in die Mitte, dann wäre das natürlich klassisch mein Short-Entry für noch mal runter. Das ist genauso, wie wir das beim Dauer hatten. Das kann auch hier A, B, C sein. Dann wäre halt der Entry quasi dieser Punkt mit der Erwartungshaltung, dass ungefähr diese Länge hier vorne hier hinten noch mal folgt. Also ihr seht, das ist total langweilig, immer das Gleiche. Aber das sind ganz gute Orientierungspunkte, an denen man eben sich, ja zumindest mal so einigermaßen so einen Fixpunkt holen kann, wie weit das ungefähr reichen kann. Aktuell sieht es allerdings danach aus, als ob der Markt jetzt wirklich ernsthaft noch mal kämpfen muss, ob diese Marke hält. Je tiefer der jetzt hier drunter geht, also er muss, ist klar, je tiefer, desto eher geht er da hin, das ist natürlich logisch. Aber wenn er sich jetzt hier wirklich weiter entfernt und dann Gegenbewegungen weiterhin korrektiv, das war hier übrigens auch korrektiv, wenn ich mir das angucke, das war, ich denke, ziemlich sicher als Korrektivbewegung mit vielen Überschneidungen eben erkennbar, da weiß man schon, ja das ist noch nicht der richtige Weg. Und folgerichtig ging es ja danach auch noch mal nach unten. Jetzt wissen wir dreiwellig, das heißt, theoretisch hätte man an der Stelle noch mal shorten können, da sind nur die Ziele dann ein bisschen doof. Aber so lange weiß ich, da bin ich mit Long hier auf der falschen Seite. Also wir müssen damit rechnen, dass der Markt noch ein gutes Stück unter Druck kommt und wem das zu spooky wird, wer sagt, also bis dahin wollte ich das allerdings nicht, der muss so langsam, aber sicher nachdenken, wie er mit seiner Absicherung hier umgeht. Oder eben sagen, na gut, meine Longposition, ich will sie jetzt nicht schließen, ich gebe denen noch mal eine Chance. Aber ernsthaft überlegen, eben auch ein gutes Stück an Shortpositionen mit drin haben, damit man dann, wenn dann der Markt wirklich wegknickt, vielleicht wieder ein bisschen der Buchgewinne, da gab es ja ein bisschen was zu gewinnen auf dieser Aufwärtsbewegung, der Buchgewinne notfalls herzugeben, aber das eben auszugleichen mit Gewinnen, die man dann eben auf der Shortseite da macht. So machen wir das immer. Also ein Teil haben wir schon geschlossen, relativ eng, ein Teil läuft noch. Da gucken wir jetzt so ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue, ob wir da, müssen wir da jetzt wieder Gewinne hergeben? Vielleicht schon. Noch ist der Kurs allerdings in einem Bereich, wo ich sage, das ist jetzt noch nicht wirklich Drama. Wir sehen das hier beim Nasdaq, das will ich jetzt gar nicht ganz neu ausführen. Wir sehen, dass die Abwärtsbewegung aber ebenfalls noch ganz schön wenig impulsiv aussieht, wenn ich mir das angucke. Theoretisch hat sie aber nach wie vor Platz bis zur 1500er Marke. Die haben wir jetzt mehrfach hierher schon genannt. Ihr seht, das ist dann quasi so das Overlay dazu. Und diese Korrekturgröße, die wir hier haben, das wäre in etwa die, die wir hier haben. Denkt da dran, wir haben vorhin auch die grüne Marke, um zu gucken beim Dow, wie tief hätte diese Korrektur sein dürfen, bis ungefähr in diesem Bereich. Und der Kurs ist tiefer gegangen und dann wissen wir, okay, dann halt nicht, dann ist es das halt nicht. Ja, aber bis dahin ist erst nochmal alles safe beim Nasdaq. Merkt euch, so um die 15.000er Marke, da liegt man so halbwegs richtig in dem Bereich, bei dem man da landen kann an der Stelle. Also, insofern, der amerikanische Markt, das kann man denke ich mal zusammenfassen, ist noch nicht fertig mit seiner Korrektur. Die Marktteilnehmer hatten Chancen für einen Dreh, die Marktteilnehmer haben aber gesagt, egal, also nutzen wir nicht. und das zeigt, dass da der Wille für Käufe noch nicht wirklich da ist und wenn die anderen noch nicht kaufen, ja, dann sollte ich mich vielleicht auch noch zurückhalten. Für die bestehenden Positionen, wie gesagt, entweder eng absichern, das haben wir aber schon zigmal durchgekaut, da sind dann schon einige Positionen geschlossen, weil wir sind ja schon da in diese Bereiche da reingelaufen, wo der Kurs, also hätten das schon vorher schließen sollen, haben wir aber ja schon zigmal besprochen und jetzt gilt dann eben diese etwas entferntere Marke noch mit Stops dann vielleicht 14.500, das ist ein gutes Stück entfernt, aber kann auch ein bisschen höher sein, vielleicht 607, aber irgendwie da in dem Bereich wäre jetzt noch eine ganz natürliche Bewegungsgröße. Wir werden das im Auge behalten, aber spätestens, wenn er die dann auch ernsthaft angreift und die Marktteilnehmer nicht in der Willens oder in der Lage sind, an der Stelle dann als Käufer aufzutreten, ja dann raus, dann ist das nicht mehr das, was sie wollten, dann wird neu überlegt und dann kann man da dann überlegen, was man tut. Ja, kommen wir nochmal zum DAX, zum Abschluss, beim DAX, ich hatte gestern so ein bisschen die Chance gesehen, gestern sah das in etwa so aus, ich muss jetzt gucken, weiß nicht genau welche, wie viele Kerzen, aber in etwa sah das so aus und dann haben wir gesagt, naja, eventuell ist es ja dieses Bild hier, das heißt, dass wir nochmal da in die Kiste reinkommen, wenn wir in der Kiste reingekommen wären, hätte man hier das Zwischendieb, ich habe hier das nur als Linie gezeigt, aber die Profis von euch wissen, die sieht natürlich auch korrektiv aus, hier ist ja eine Gegenbewegung in dieser Abwärtsbewegung, dann hätte man hier irgendwie ein Short machen können. So, jetzt gucken wir mal, das war so eine Idee, was hat der Kurs gemacht, ist gar nicht bis da hoch, na gut, wenn er nicht bis da hoch kommt, brauche ich mir über diesen zusätzlichen Short da auch keine Gedanken zu machen. Ja, also ein Long-Signal war es ja sowieso nicht, wir rechnen damit, dass der Kurs nach wie vor hier seinen nächsten großen Auftritt hat, wo die Bullen zeigen können, was sie drauf haben oder ob die Bullen eben mit eingekniffenem Pferdeschwanz, hätte ich fast gesagt, Ochsenschwanz, dann da stehen und sagen, nee, nee, trauen wir uns doch nicht zu kaufen, das kann passieren, aber das wird irgendwo in dieser Zone eben relevant, also nach wie vor, ich hatte vor kurzem mal das Video so ein bisschen genannt, die Bären spulen ihr Programm ab, was sie jetzt machen, ist halt einfach das normale bärische Programm dieser Korrektur, ob mit dem Umweg oder ohne diesen Umweg, ist dabei relativ irrelevant, das heißt, wir können jetzt einfach gucken, dass wir irgendwie bis da herunter kommen und dann schauen, ob wir hier tatsächlich ein Wendeangebot bekommen, dass die Bullen dann sagen, jetzt kaufen wir wieder und wenn die anderen das tun, dann machen wir halt mit, das könnte zum Beispiel so aussehen oder wäre zum, und dann hier natürlich der Trigger entsprechend, das könnte an der Stelle auch so aussehen, dass man hier irgendwie eine Wendekerze hat, vielleicht ein Tageschart, vielleicht ein Wochenchart sogar, die dann eben vielleicht den einen oder anderen motiviert zu kaufen, wo man sagt, springen wir schon mal im Kleinen mit auf, das werden wir uns aber dann angucken, soweit es ist. Vorläufig müssen wir damit rechnen, dass dieser Bereich hier nochmal angepingt wird und dort irgendwo in dieser Zone diese Entscheidung entsprechend fällt. Ja, klingt ein bisschen ernüchternd, aber was soll ich euch sagen, ich kann ja auch immer nur das sagen, was die anderen Marktteilnehmer machen und dann eben euch mitgeben, ob ich das ein tolles Lied finde, wo man mitsingen sollte oder ob man sagt, das höre ich mir einfach mal an, summe vielleicht von außen stehend mit und freue mich drauf, wenn dann irgendwann der richtige Carevers kommt, naja, aber dass man dann wieder mitmachen kann. Im Moment ist es eher so, wir warten, bis der Refrain wieder kommt und da ist die Chance, dass die Masse wieder einsetzt. Ob sie das tut, da gucken wir dann mal, aber das schauen wir uns dann nochmal genau an. In diesem Sinne, ein frohes Singen mit dem Markt und wenig Heulen trotz der Rücksetzer. Euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.